Ihr geht komplett hier durch, dann geht ihr über die Straße. Wir suchen den Weg zum Limbecker Platz, aber zu Fuß. Das ist ein bisschen weit. Das ist ein bisschen weit. Wir müssen auf jeden Fall... Da hinten, in die Fußgängerzone. Da hinten, in die Fußgängerzone. Wollt ihr zu Fuß oder? Zu Fuß, zu Fuß. Zu Fuß, ey. Geht ihr oben raus? Ihr müsst auf jeden Fall irgendwann links reingehen. Auf jeden Fall irgendwann links reingehen. Links reingehen? Genau. Jetzt wo genau, Alter? Wir kennen uns ja echt nicht aus. Also ihr müsst... Ey, Leute! Ihr steigt in die... Okay, also wohin? Ihr geht komplett hier durch. Ja, und dann? Also wo? Da hinten lang. Okay, danke. Also wir müssen einfach die Richtung... Nein, da lang! Wappen. Ja, nee, da packen wir. Då kann ich alle weg! Dann bin ich da lang! Dann bin ich da lang! Und dann sitzt das besser! Das ganze Micha... Dann bin ich dann aber wunderbar! Musik Könnt ihr mir sagen, wie ich zum Hauptbahnhof komme, zu Fuß? Boah, das weiß ich nicht. Dein Ernst? Ja, ich komme nicht aus Essen. Du musst hier rausgehen, in den Bäcker. Ja, okay. Nein, erzähl weiter. Wie bitte? Hauptbahnhof. 1-0. 1-0. Zu Fuß. Zu Fuß meine ich. Ein bisschen weit. Den Weg einfach beschreiben. Grob. Ich kann nur mit... Mitte, Mitte. Mitte, Mitte. Mitte, Mitte. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich auch. Ja. Ich gehe komplett hier durch. Dann geht ihr über die Streife. Wir laufen dann quasi bis zum Bergkling. Wir laufen dann quasi bis zum Bergkling. Bergkling. Und dann links abbiegen. Ja. Ja. Wir finden es einfach nicht, weißt du? Ja, ich gehe da jetzt durch. Ich gehe da jetzt durch. Dann kommt da an die Straße. Dann läuft der da die ganze Zeit gerade aus. Dann läuft der da einfach gerade aus. Dann kommt der an Primark vorbei. Dann kommt der an Primark vorbei. Genau. An Primark vorbei? An Primark vorbei. Was dann? An Primark. Kennst du Primark? Kennst du Primark? Kennst du Primark? Genau. Und dann die ganze Zeit gerade aus der Kante. Okay, danke. Es war echt geil. Kein Problem. Ja, aber es ist anders. Ja, aber es ist anders. Berliner Platz. Berliner Platz. Weißt du was? Ja? Vergiss, was ich gesagt habe. Küss mich endlich. Hallo? Kannst du mich küsst? Kannst du mich küsst? Hallo? Ja. Kannst du mich küsst? Kannst du mich küsst? Willst du mich? Ja, du bist hier. Ich mag alle hier. Ich mag kaputt. Du machst kaputt? Ja. Mich? Ja. Aber ich will dich doch nur küssen. Ich mag die kaputt hier. Du machst mich hier kaputt? Ja. Aber ich wollte dich doch nur küssen. Wir filmen nach hinten mit verständter Kamera. Du hast schon fast echt. Aber ist okay, wenn ihr mit dem Video seid. Perfekt. Super. Du hast schon fast gedacht. Ich dachte ich, du wolltest überall auch machen. Ach nein. Ich hab doch gedacht. Du kannst mich gar nicht ablenken. Da drehen wir jede Woche wieder Segelt. Oh Gott. Die Leute hier sind für dich bedroht. Ehrlich? Ja.